Ja, dann gucken wir mal, was wir da so schönes haben. So. Ja, Japan, da habe ich erstmal genug rumgehangen. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber nach USA. Classic Muscle haben wir frei. Äh, haben wir schon gemacht. Dann würde ich sagen... Ja, haben wir hier Profi-Tuning. Geben wir auch direkt mal rein. Ja, es gibt 37.500 für den ersten. 24.000 Rufpunkte und so weiter und so weiter. Dann geht es weiter runter, ist klar. Strecken, Long Beach, Straßenring und San Francisco Sprintring. Hall of Fame. Oh, bis wir da reinkommen, ist ja Weihnachten. Das kann ja noch ewig dauern. Oh, wir können unseren Nissan nehmen. Ja, dann nehmen wir... Ach, mein Traumauto. Ja, ist das schön. Das so stelle ich mir einen zweiten... Also, der Start der zweiten Saison, äh, vor. Geht mal mit dem Skyline hier durch die Gegend heizen. Ja, erstmal gucken, ob ich überhaupt, äh, die Strecke kann. Wir starten von neun. Wuuh! Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, vierte sind wir schon mal. Haben wir schon mal? Wow! Ups! Ja, da will ich auch keine, da will ich auch keine, äh, direkte Wiederholung machen. Da starte ich direkt nochmal neu, um nochmal ein bisschen runter zu kommen. So, jetzt aber. Das sieht schon besser aus. Mein Gott. Wow. Oh, was ist denn das für ne Scheißstrecke? Der Schreck ist überhaupt nicht meins. Der schöne Skyline geht kaputt. Oh, Tür auf. Machen wir mal wieder zu. Oh! I, 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 I. Oh! Das ist doch für'n Arsch. Ach, ich wollte doch direkt die Wiederholung machen. Ah, jetzt hab ich mich verdrückt. Ah! Aber herrliches Wetter. So, machen wir uns doch mal so wie gerade. Einfach mitten durch. So, jetzt schön außen bleiben. Ups. Ja, da haben wir die Karren ein bisschen von dem besch- Schädig, du boah, ey. Ja, Reifenstapel. Die Strecke ist überhaupt nicht meins. Das merkt man vielleicht. So, an dem ziehen wir locker vorbei. Ja, da gibt's mir, Leute. Ja! Ihr habt dort Schatten. Äh, wo steh' ich denn jetzt eigentlich ein? Ach, hier ist doch gut. Wuhu! Wuhu! Boah, ein noch lang gezogen, da geht die Kurve nicht, ne? Also ehrlich jetzt. So, erste Runde ist rum. Wir fahren knapp an die 300, aber... Ups, Entschuldigung. Aber ich hab da kein... Ja, die anscheinend auch nicht. Ja! Hallo! Ja, wir machen den Stau. Also da war mal ein NSX. Das ist jetzt nur noch ein Haufen Spott. Ach komm, das rennt, kannst du doch so nicht fahren, ey. Oh! Ja, so langsam krieg ich die Strecke aber auch raus. Ja, die Strecken sind auch nicht so meins hier bei Grit. Wuhu! Entschuldigung. Ja, mach Stau. Ja, lass mich doch hier aber nicht gleich mithängen. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, egal. Dritter. Na schön, 360 Grad Drehung. Dritter. Boah, knapp an den Reifenstapeln. Mach doch mal einer dieser Reifenstapel hier weg. Boah, ey, ich spiel ja mit der Mauer. Okay, Hurricane. Dein Wagen ist etwas Tampo, es ist immer noch einmal zu schlimm. Na dann. Boah, wieder diese ewig lange, gezogenen Kurve hier. Ja, wir kommen aber langsam näher an Jimmy Miller hier am zweiplatzierten. Brett Patty ist auf eins. Neuer Weltrekord, das ist doch toll. Hör, der ist doch hier vor mir. Das tut's doch nicht. Hau ab, ich bleib Dritter. Okay, das schaffen wir noch. So leicht gebe ich nicht auf. Oh. Oh, ja, ja, ja. Das war jetzt mal wieder. Tür zu. Mach die Tür zu. Hallo. Wollen keinen mitnehmen. Ja, das wird jetzt schwer für mich. Ach, dann, ich knall auch immer die... Es geht die andere Tür auf. Schweres, schwere Geburt. Ich halte die hier alle auf. Die sind alle hinten dran. Und Tor, mein Skyline sieht aus wie für einen Arsch. Oh. Ja, fünf Sekunden hinter Platz zwei. Zehn Sekunden auf Platz eins. Na, lenken kann ich jetzt schon gar nicht mehr. Hier verkacke ich immer. Ja. Och, Leute. Ist doch beschiss. Wisst ihr das? So weit hab ich doch keine Lust. Mann. Aber Grid ist trotzdem an sich ein geiles Spiel. Macht auf jeden Fall Bock. Auch wenn sich das hier bei mir anders anhört. Aber es macht trotzdem Bock. Ja, fahr noch weiter nach außen. Da wollte ich hin. Hoppala. Ja, das geht doch noch. Fünfter. Ja, dann bleibt er nicht stehen. So, das war jetzt schon mal besser genommen. Oh, da dreht er sich weg. Oh, Reifenstapel geküsst. Nein. Oh, Alten. Schnell in den Wind starten, um dran zu bleiben. Ja, das geht noch. Hallo, wartest du jetzt mal? Ich will, äh, oh, ich hab noch einen am Hintern kleben. Sehe ich gerade ganz schnell auf der Minimap. Der ist, oh, der fährt neben mir. Ja. Ja. Und das war jetzt mal gut gefahren. Für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Kaum sagen ich's, fahr ich wieder misst. Aber noch sind wir dritter. Ich halt einfach mal die Klappe. Oh, Freunde. Mein schöner Skyline, ey. Oh, steigt mitten in der Kurve ein. Ja, das war... Ach, doch. Oh Mann, ich will das fertig kriegen hier. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Schön, 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 ja. Ja. Uh, da wird er hängt. Da wird er ganz hängt. Oh, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. So, das war gut, das war sehr gut, das war sehr gut, das war sehr gut. Und ganz ruhig bleiben. Oh. Ey, zweiter, so gut war ich ja noch nie platziert hier. Ja, und noch dran am ersten. So, Windschatten, 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 wo ist mein Windschatten? Ja. Mega-Drift. Boah. Also, ist echt spannend. Wir haben es auf jeden Fall abgesetzt, wir beide hier. Trotz Startrunde, ja, das ist auch perfekt. Nein, 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 nein. Boah, ey. Zweiter würde mir ja auch schon reichen. Boah. Tief durchatmen. So, hier wird er schön in die langgezogene Kurve. Oh, ich liebe diese Kurve mittlerweile. Weißt du, dass es schön langgezogen ist? Oh, was eine Logikmucke, ey, hammerhart. Boah, jetzt stellen wir mal eine Runde auf 1.11. So, ich glaube, der erste ist weg. So, ich glaube, der müsste schon riesen Bock misspauen. So ein ungefähr. Ja, so kann man den zweiten Platz auf jeden Fall auch noch wegschmeißen. Ja, noch ist der Abschand groß genug. An Enzo Vichu gibt's wohl keine Herankommen. Ja, die Kurve war ich mittlerweile auf jeden Fall drauf. Das ist meine absolute Lieblingskurve hier auf der Strecke. Oh, das macht Spaß. Oh, ja. Nein, hau ab. Der zweite gehört mir. Ich höre dich nämlich im Hintergrund rumheulen. Aber das ist meine Runde. Endlich ist das Rennen abgeschlossen, ey. Mann, ey. Ja, zweiter. Hatten wir doch 3,6 Sekunden Rückstand. Ja, das ist klar. Ja, ja, ja. Nein, 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 ja, ja. Oh, 16.000, nochmal schön dabei. Schön. So, San Francisco. Der startet von 7. So, wo sind wir? Wir starten von Platz Nummer 10, aber klar. Jetzt knallt er wieder. Oh, 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 oh. Oh, ich hab den Hauptkonkurrenten gedreht. Ich hab Enzo gedreht. Boah, ich nehm jedes Hilfsmittel hier, du. Ich kann keine Probleme mit. Ach, die Strecke, die ist mir ja bestens bekannt. Ja, wie fährst du denn, du? Ja, 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 schön. Nein, nicht schön. Doch, halbwegs schön. Boah. Nein. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ne, auf Platz 2. Also, erzähl mir nicht. Ne, Platz 3. Ja, innen noch den Reifenstapel mitgenommen, aber egal. So, wir sind wieder Zweiter. Wer ist denn vorne? Dave Brookfield. So könnte es eigentlich bleiben. Haben zwar nichts, nicht einmal gewonnen, aber den Meisterschaft trotzdem geholt. Ja. Brauche jetzt keinen Boxenstopp. Wenn er jetzt so weitergeht, brauche ich gleich doch einen Boxenstopp. Fünf Sekunden genauer Rückstand. Genauer geht's nicht. Boah. Ja, das war schon wieder besser. 5,36 Sekunden, aber trotzdem ist der Vorsprung größer geworden. Ich frage mich nur, wo ist der Enzo? Ne, das glaubst du doch selber nicht. Da erzählst du dir aber gerade einen vom Ei, du mein Freund. Oh, hier liegen ein paar Teile. Ja, ich schmeiße die mal eben weg. Aber der Skyler lässt sich trotzdem gut so fahren. Ja, der Abstand ist eigentlich gleich geblieben. Ne, das hört sich nicht gut an. Wenn da hier die ganze Zeit die Leute raus... Oh, oh. Fliegen, aber es nicht... Ah, boah. Der Enzo ist. Ach, schon fertig. Oh, gar nicht drauf geachtet. Ui, 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 ui. Das erste Rennen, das war jetzt mal wieder so ein bisschen zum Entspannen hier. Puh. Welcher ist denn der gewonnen? Ach, Zehnter. Dann müssten wir jetzt eigentlich die Meisterschaft gewonnen haben. Mit zweimal zweiter. Jawohl, zwei Punkte. Oh, Gott sei Dank. Und wir sind auf vier geblieben. Ja, das ist... Dann haben wir jetzt hier auch eine Eins. Und jetzt kriegen wir mal wieder nicht den vollen Jackpot. Schade, schade, schade. Egal. Aber 24.000 Rufpunkte. Die nehmen wir doch gerne mit. Na, super. Juhu. Oh ja, 79.950. Ja, das ist ein schön dicker Jack. Neue Sponsoren. Gut, da gucken wir jetzt direkt mal rein. Ah, ich hab ja noch zwei frei hier. Warum sind denn die frei? Oh ja, ich sehe was. So, das Rennen bestehen. Kommt... Du kommst rein. Du kommst rein. Du wirst mein Hauptsponsor werden. Dann kommst du wieder rein. Und du kommst auch wieder rein. Du kommst rein. Dann haben wir ja noch hier. Zielfahrt an zweiter Position. Okay. Kommst du raus. Du kommst rein. So ist doch schon mal besser. So, dann bleibt das jetzt so. So ist doch schön. Ja. Okay. Okay. Okay.